Facebook-Verbot für Hamburgs Politiker. Das forderte kürzlich der Datenschutzbeauftragte der Hansestadt, Thomas Fuchs. Die Social-Media-Auftritte von Senat und Bürgerschaft verstoßen gegen geltendes Recht, sagt er. Was die Politik von seiner Forderung hält, offenbar nicht viel. Es wird weiter gepostet, wie man sieht, hier zum Beispiel von Bürgermeister Peter Tschentscher. Ein weiteres Thema für den Datenschutzbeauftragten, die starke Zunahme an Cyber-Attacken nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Darüber wollen wir sprechen. Thomas Fuchs ist bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Wir beginnen mit einem aktuellen Fall. Zwei Syrer sind festgenommen worden. Offenbar ging es um einen geplanten Terroranschlag. Die Hinweise, die soll ein US-Geheimdienst gegeben haben. Der hat das Internet so durchforstet, wie es aus Datenschutzgründen möglicherweise deutsche Dienste nicht dürften. Steht da der Datenschutz dem Schutz vor Terror ein bisschen entgegen? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, ohne jetzt die Einzelheiten dieses Falls genau zu kennen. Gerade im Bereich der Terrorbekämpfung und der Extremismusbekämpfung sind die Befugnisse auch der deutschen Geheimdienste eigentlich relativ weitgehend. Insofern glaube ich das eher nicht. Es gibt vielleicht ein paar Probleme in der polizeilichen Vorfeldarbeit, auch im Digitalen. Aber da ist der Gesetzgeber gefordert, klare Ermächtigungsgrundlagen zu schaffen. Dann hat die Polizei auch die rechtliche Grundlage, um in diesem Bereich noch besser tätig zu werden. Da werden wir sicher in den nächsten Tagen auch noch mehr zu erfahren, könnte ich mir denken. Anderes Thema. Wir haben es eben gesehen, bei Social-Media-Kanälen dürfen staatliche Stellen nicht mitmachen, sagen Sie. Aber Senat und Bürgerschaft, die sind weiterhin mit dabei. Fühlen Sie sich da noch richtig ernst genommen? Ja, es ist schon ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt, weil unsere Haltung ist ja, dass es schwierig ist, dass zum Beispiel der Senat oder Politiker der Stadt quasi den Bürger, wenn sie so wollen, zwingen, auf Facebook-Seiten zu gehen. Eben auch der Bürger oder die Bürgerin, die gar nicht Facebook nutzen möchte und sich gar nicht in diesen Datenkontext begeben will. Und deswegen ist es schon ein bisschen kritisch zu sehen, dass wir bisher noch Probleme haben, uns mit unserer Rechtsverfassung durchzusetzen. Wahrscheinlich wird das jetzt vor Gericht landen, jetzt nicht in Hamburg, sondern in einem Musterverfahren, das der Bundesdatenschutzbeauftragte führt. Und dann müssen die Gerichte endgültig entscheiden, ob unsere Rechtsauffassung, was wir wirklich glauben, die richtige ist. Es geht dabei ja um Daten, die zum Beispiel Internetanbieter wie Facebook von uns sammeln, wenn wir auf der Seite zum Beispiel des Senats sind. Um welche Daten geht es da konkret? Was prangern Sie da an und warum ist das so schlimm, wenn Sie diese Daten haben? Also erst muss man sagen, wenn Sie für sich aktiv entscheiden, ich möchte Facebook-Nutzer sein, Sie haben einen Facebook-Account, Sie haben da Ihren eigenen Auftritt, dann ist das alles Ihr gutes Recht. Es geht eigentlich primär um Leute, die gar nicht auf Facebook sind, dann aber, weil Sie zum Beispiel verfolgen wollen, was Herr Tschentscher in den USA macht, seinen Facebook-Auftritt verfolgen. Dann werden bei Ihnen Cookies gesetzt und dann kann Facebook nachvollziehen, was der Nutzer im Netz macht. Und alles, was Sie dann tun, welche Seiten Sie aufrufen, welche Vorlieben Sie haben, welche Werbung Sie anklicken, das wird gesammelt und gespeichert, um Ihnen dann zielgenaue Werbung auszustrahlen. Und dass man das quasi nicht vermeiden kann, das ist das große darinschüttliche Problem und dafür muss man den Bürger ein wenig schützen. Anderes großes Thema, Cyberangriffe. Wie sehr nehmen die momentan zu und kann man da mit dem Finger so genau auf Russland zeigen? Cyberangriffe nehmen zu. Wir haben jetzt im letzten Jahr schon einen Rekord gehabt mit über 200 gemeldeten Angriffen in Hamburg. Wir haben jetzt im ersten Quartal eine Steigerung von fast 18 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Also es nimmt deutlich zu. Es nimmt vor allen Dingen zu auch bei Institutionen, die darauf gar nicht so vorbereitet sind. Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Hamburger Friedhöfe, wenn man sich fragt, warum passiert das? Ich glaube, auf Russland zeigen, das ist zu einfach. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir eben nicht genau, wo kommen die Angriffe her. Da werden sich kriminelle Motive, finanzielle Motive, aber vielleicht auch politische miteinander vermischen. Und da brauchen wir noch mehr Wissen und mehr Aufklärung, um uns besser schützen zu können, wer der Urheber dieser Angriffe im Kern ist. Sagt Thomas Fuchs, der Datenschutzbeauftragte der Stadt Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung.